Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Yo, wir sind hier auf dem Ultimate Team Account, aber mal ganz anders. Ihr seht da oben nämlich so zwei Fratzen und das bin einmal ich. Ja, ich hab's ja versprochen und deswegen mach ich's auch. Und einmal seht ihr noch den Ilja und der kann sich ja mal vorstellen. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich ab und an mal darüber gucke. Ihr seht das, hier ist der Bildschirm mit der PS3 Aufnahme und mit der Tonaufnahme von mir. Und daneben steht noch der Laptop und ja, da ist der Ilja halt drauf. Und deswegen gucke ich da manchmal rüber, weil da ist seine Fratze halt. So Ilja, jetzt kannst du loslegen. Yo, hallo, ich bin's der Ilja. Ich war ja schon mal bei dem Frage und Antwort Video dabei, wer das vielleicht kennt. Und ja, ich bin auch sehr aktiv im Forum und deswegen hat mich der nette Massive mal gefragt, ob ich nicht dabei sein will als Facecam Special. Ganz genau so sieht's aus. Weil ich hab mir gedacht, wenn ich schon eine Fratze zeige, dann kann ich ja gleich zwei zeigen. Und ja, ich hab mir erst sowas überlegt. Ja, fragst du irgendwie einen anderen YouTuber, zum Beispiel einen, die auch öfter mal was mit Facecam machen oder so. Wäre wahrscheinlich auch kein Ding gewesen. Aber ich hab mir gedacht, nee, machst du doch lieber was mit einem, der richtig aktiv ist im Forum etc. pp. Und ja, der Ilja hat dann gleich gesagt, er würde es auch mit Facecam machen und ja, deswegen passt das. Und ja, wir verstehen uns so auch halt ganz gut. Ich denke mal, das ist auch ganz wichtig. Und ja, in diesem Video, was werdet ihr sehen? Ihr werdet eigentlich nur uns beide so ein bisschen über Champions League labern hören. Und wir ziehen natürlich ein paar Packs, weil, ja, ehrlich gesagt, ich wusste nicht so genau, was wir machen. Erst hatten wir vor, Coop zu spielen. Aber, also Coop. Aber ich denke mal, das wird eventuell nächste Episode kommen. Vielleicht dann nochmal mit Facecam. Aber ich weiß noch nicht ganz genau. Also ich will nichts versprechen. Das soll jetzt erst mal ein Video sein, um die Leute ein bisschen zu befriedigen. Dass hier hinter dem Mikrofon sozusagen nicht der Vollnerd sitzt. Kein 200 Kilo Mann. Und dass ich einfach eigentlich ganz normal bin, wie alle anderen auch. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit... Ach genau, ich hatte ja ein Thema. Und ich weiß nie genau, wie ich in die Kamera gucken soll. Weil die Kamera, das müsst ihr euch sowieso mal reinziehen. Ich glaube, ich werde da mal auf Facebook ein Foto posten. Ich habe mir vorhin im 7-Eleven, das ist hier so ein Supermarkt, habe ich mir, ja, so rotes Tape geholt. Ich habe mir ja schon ein Foto geschickt und habe mir irgendwie die Kamera, also meine ganz normale Digitalkamera, habe ich mir oben mit Panzerband irgendwie an den Fernseher geheftet. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen behindert. Aber ich glaube, es ist alles drauf. Falls ihr euch wundert, also wie gesagt, das ist mein normaler Monitor, da steht mein Laptop, da steht der Fernseher. Da hinten diese komische Fernbedienung an der Wand ist von der Klimaanlage. Und das ist mein Mikrofon. Und ja, wie gesagt, das bin ich natürlich. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, das Thema. Was hältst du eigentlich von sowas wie Facecam, Ilja? Also brauchst du sowas? Weil ihr müsst das ja so sehen, der Ilja ist ja ein YouTube-Zuschauer. Also er ist ja keiner, der selber aufnimmt. Und das ist mal so ein Punkt für mich, der schon ein bisschen interessant ist. Wie das aus Zuschauersicht so ist, ob man sowas unbedingt braucht oder nicht. Wie ist das bei dir? Ja, also ich finde die Webcam ist eigentlich auch ganz cool. Ist auch mal eine nette Abwechslung, wenn die dabei ist. Aber muss halt natürlich nicht jedes Mal so sein. Und wenn die mal dabei ist, ist halt natürlich cool für uns Zuschauer. Denk ich mal, dass wir dann auch live deine Reaktion sehen, deine Gestik, deine Mimik, wie du vielleicht dann bei Gegentoren dann ausrastest. Man hört dich zwar die meisten, aber die meisten wollen dich halt dann dazu noch live erleben sehen und so. Deswegen denke ich mal, ist die Webcam dann auch nochmal was Nettes, was Gutes. Okay, aber das wäre jetzt für dich, wäre das für dich ein D-Abo-Grund? Also jetzt sagen wir mal, ein YouTuber würde erst sagen, ja, vielleicht kommt Facecam, aber dann würde er sagen, nee, ich habe mich dazu entschieden, keine zu bringen. Wie würdest du darauf so reagieren? Naja, also ich finde, das ist auf jeden Fall kein D-Abo-Grund, denn man guckt ja in erster Linie nicht darauf, wie der Mensch oder wie die Person sich da zeigt, sondern wirklich, es geht ja auch um Let's Plays. Und ja, das ist wohl der wichtige Aspekt, als zu sehen, wie jemand aussieht. Denn da, wenn der jemand irgendwie kennenlernen will, da kann der auch auf andere Portale draufgehen. Das habe ich mir nämlich auch immer gedacht. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich kann euch ja alle verstehen, also jetzt mal an die anderen, dass ihr vielleicht gerne die Person mal sehen wollt. Aber manchmal fand ich das schon ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es so lange gedauert hat. Weil irgendwie, ich hatte gar nicht so den Bock da drauf, weil es irgendwie zu übertrieben war von manchen Leuten. Irgendwie, da kam mir das wirklich so vor, als ob die Leute nur in TD-Videos kommen, kurz gucken, ist eine Facecam drinne, wenn nicht, oh, Luca Toni mit Hawk gezogen. Ich glaube, irgendwie die ganzen Leute, die im Team of the Week mal waren, die haben nämlich alle einen Chemistry-Style. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ist irgendwie so, nicht? Ja, also das ist immer und nicht jedes Mal, aber ab und zu hatte ich auch schon mal jetzt zum Beispiel ein Chiellini mit Encore oder ein Thiago Silva-Anker, obwohl der kein EF-Spieler war, aber halt Team of the Year, dann ist es auch schon mal in Encore. Hm, okay, wo waren wir jetzt gerade? Bei Facecam auf jeden Fall. Bei Facecam. Ach genau, 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 genau. Das mit der Lust lag jetzt irgendwie nicht da dran. Ich habe überhaupt kein Problem, mich da irgendwie vor so eine Kamera zu stellen. Ich muss zwar ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gemacht. Das kommt wahrscheinlich auch so rüber, weil wie gesagt, das ist das allererste Mal. Natürlich habe ich noch mal mit irgendwelchen Leuten geskypt per hier Webcam ganz normal auf dem Laptop, aber jetzt so das in ein Video zu bringen, habe ich halt noch nicht gemacht vorher. Aber im Allgemeinen habe ich halt kein Problem damit. Das Ding war halt vorher, ich konnte vorher keine bringen, wegen Versicherung, da war halt das vertraglich geregelt, dass ich mich nicht öffentlich im Internet zeige, weil es könnte halt sein, um das auch mal kurz zu erklären. Jetzt sagen wir mal, ich bin bei einer netten Familie, verkaufe denen da eine schöne Versicherung und der Sohn geht dann mittags ins Internet, guckt sich so ein Let's Play Massive-Video an und dann ist der Spasti, der gerade eine Versicherung verkauft hat, ist dann da total am Durchdrehen in so einem YouTube-Video. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so eine gute Publicity für die Versicherung ist und ja, das ist halt auch so ein Grund, warum es vorher nicht kam. Aber jetzt wäre es eventuell sogar schon ein bisschen früher gekommen, wenn es nicht so krass gewesen wäre, weil es war halt wirklich manchmal so, dass irgendwie 20 Kommentare unter dem Video mit Facecam waren und manche wirklich auch so richtig ausfallen, ey alter, Ficken und was weiß ich, wo ist die Facecam und so, so richtig übertrieben, als ob sie wirklich irgendwelche männlichen Kontakte suchen. Also ich kann schon mal sagen, tut mir leid, ich stehe nur auf Frauen, aber das war halt wirklich ein bisschen sehr übertrieben. Also es kam halt so vor, als ob die geguckt haben, Facecam, wenn nicht, ne, Video weggeklickt. Ich meine, man muss halt sehen, ich bin halt kein Comedy-Kanal, wie zum Beispiel White Titty oder was weiß ich, das ist logisch, dass die ihre Fressen zeigen müssen, weil sie damit ihre Klicks generieren. Aber ich meine, mein Kanal geht halt um FIFA und ja, ich denke mal, da sollte auch der Hauptaugenmerk drauf liegen. Übrigens, das mit den Münzen, bevor wieder gefragt wird, da habe ich nichts geschwärzt. Ihr habt es bestimmt ganz am Anfang vom Video gesehen, da ist schon wieder die Zahl auf minus 852 Millionen gestiegen beziehungsweise gesunken und ja, jetzt ist die Zahl halt irgendwie wieder weg, keine Ahnung, es ist anscheinend irgendein Bug bei EA aktuell und ich weiß gar nicht, vielleicht seht ihr das sowieso nicht, weil ich irgendeine Facecam drüber lege, das kann ich aber jetzt noch nicht sagen, weil ich das Video ja noch nicht geschnitten habe. Das wird eh noch so ein Späßchen, weil das Problem ist einfach, ich muss, ich nehme einmal Ilya auf, das heißt in Skype sein Bild und seinen Ton mit Camtasia. Dazu nehme ich meine PS4 auf mit der HD-PVR, mit dem Programm. Dazu nehme ich nochmal extra meinen Ton auf mit Order City und dazu nehme ich nochmal mein Bild auf mit der Kamera und das muss ich irgendwie synchron zusammenschneiden. Also, das wird bestimmt ganz witzig werden, aber ich hoffe mal, ich kriege das gebacken, aber irgendwie wird das schon klappen. So, ich will den Ilya jetzt nicht ganz rauslassen, aber ich, ja, Ilya, du kennst mich ja, ich bin ja immer so ein bisschen am Labern und ja, ich würde sagen, wir gehen aufs nächste Thema und das wäre Champions League und als allererstes will ich auf das Spiel Dortmund gegen Zenit eingehen, beziehungsweise du, du sollst erstmal deine Meinung dazu sagen. Hast du es live gesehen? Hast du Zusammenschnitte gesehen? Wie war das bei dir? Ja, also ich habe das Spiel auf jeden Fall auch selber live geguckt, ich bin ja auch Dortmund-Fan, fand den Start auf jeden Fall echt überragend, nach fünf Minuten 2-0 auswärts zu führen in St. Petersburg auf jeden Fall erstmal sehr gut. Die erste Halbzeit wirklich nichts anbrennen lassen und ja, dann in der zweiten Halbzeit fällt der erste Gegentreffer irgendwie nach einem Gewusel auch durch Abseits, wohlgemerkt. Im Gegenzug macht direkt der Lewandowski da aber dann das 3-1, dann hat man sich wieder ein bisschen auf der sicheren Seite, dann kommt wieder ein Elfmeter irgendwie zustande, was ja, kann man pfeifen, muss man aber, denke ich mal nicht, holt den natürlich mit, was weiß ich, 200 Stundenkilometer rein. Oh ja. Und dann macht der Lewandowski doch noch wieder das 4-2 und dann denke ich mal, auf jeden Fall, ist ein sehr gutes Polster für das Auswärtsspiel zu Hause in Dortmund geschaffen und darauf freue ich mich auch. Ja, dem kann ich eigentlich fast gar nichts hinzufügen, außer vielleicht, ich fand in der ersten Halbzeit haben wir mal wieder so richtig Dortmunder Pressing gespielt, was vorher irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist. Das war wieder richtig geiles Gegenpressing etc. Das war richtig schön anzusehen. Ich meine, einige versuchen das jetzt wieder schlecht zu machen. Ja, das war ja nur 10-it, aber ich meine, wir haben das auch aktuell in den letzten sehr vielen Spielen auch gegen keine anderen Mannschaften hinbekommen. Deswegen finde ich, ist das schon eigentlich lobenswert, dass das jetzt langsam anscheinend wieder zu kommen scheint, obwohl wir ziemliche Verletzungsprobleme immer noch haben. Ist dir ja bestimmt auch aufgefallen, oder? Also jetzt nicht mit einer Verletzung, sondern mit dem Pressing. Ja, Pressing war echt wieder sehr gut, ansehlich gut gespielt. War auch eigentlich die letzten Bundesligaspiele ausgenommen, natürlich jetzt gegen Hamburg, auch gegen Frankfurt. Da haben die das natürlich zum Teil sehr gut gezeigt gegen Werder Bremen davor die Woche. da haben die die Spiele auch gut gespielt, Pressing gut gespielt, aber da fehlt dann natürlich auch die Konstanz. Ich weiß nicht, warum man dann gegen Hamburg so runter geht. Vielleicht Alexander Konzentration, keine Ahnung. Ja, vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt. Ein bisschen zu sicher gefühlt, irgendwie Hamburg so scheiße gewesen. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, müssen wir irgendwie nur halbe Leistung abrufen. Aber das war dann nicht so ganz der Fall. und ja, was zu dem Spiel vielleicht noch zu sagen wäre, ja, 4 zu 2 hört sich auch eigentlich gar nicht so super an. Natürlich ist es super auswärts und alles, aber das Ding ist ja auch noch, ich meine, wie du schon sagtest, das erste Tor war abseits und das zweite war meiner Meinung nach ganz klar kein Elfmeter. Eher Stürmerfaul. Und ja, dann wäre das Ergebnis natürlich nochmal um einiges hübscher gewesen bei einem 4 zu 0, aber ich denke mal, mit vier Auswärtstoren kann man wirklich leben. Und ja, ansonsten an diesem Tag war ja noch Menuh gegen Pireos. Da hast du, glaube ich, die Zusammenfassung gesehen, ne? Ja, da habe ich natürlich auch die Zusammenfassung danach gesehen. Also, wirklich sehr schlechtes Spiel immer wieder von Menuh, wie es der Trainer selber auch gesagt hat, das schlechtes Spiel momentan hier in Europa war. Also, da kam wirklich als Highlight mal eine Flanke von Ashley Young, wo der Keeper mal einfach die Flanke runtergepflückt hat. Und ja, das war echt ein grausames Spiel von denen. Die Gerüche machen das auf jeden Fall richtig gut. Gewinnen 2-0, haben alle Chancen aufs Viertelfinale irgendwie ein Tor vielleicht im Menuh erzielen und dann könnte es auf jeden Fall zu einem Weiterkommen reichen. Ja, das war ja halt das Ding. Ich meine, wenn es ja so gewesen wäre, dass Pireos irgendwie schlechter gewesen wäre und irgendwie nur durch Luck gewonnen hätte, okay, dann wäre es natürlich trotzdem nicht pralle für Menuh, aber man muss halt wirklich sagen, Pireos hat verdient gewonnen und ja, was mit Menuh aktuell abgeht, ist eigentlich echt nicht mehr feierlich und ich frage mich halt auch, wie lange die den Trainer überhaupt noch irgendwie tragen können, weil das ist irgendwie schon ganz schön extrem, meiner Meinung nach, was der aus der Mannschaft irgendwie innerhalb von einem Jahr gemacht hat. Ich meine, einige sagen, die sind zu alt und alles, aber dafür haben sie, letztes Jahr wurden sie, glaube ich, mich meistern, Ja, mit Alex Ferguson und deswegen zählt meiner Meinung nach dieser Punkt mit, dass die jetzt so ältere Spieler haben. Ich meine, die haben ja auch so Leute wie Martha und ich denke mal, auch ein Van Persie und ein Rooney können auch ordentlich spielen. Ich meine, dafür haben sie vielleicht Probleme, man hat zum Beispiel gesehen, bei so einem Ferdinand, ja, okay, der ist ein bisschen sehr, naja, der ist halt wirklich schon ein bisschen zu alt, meiner Meinung nach, aber ansonsten können die sich irgendwie mit ihrem Personal eher nicht rausreden, deswegen würde ich da schon einen Großteil auf den Trainer schieben, ist meine Meinung jetzt dazu. Ja, also, der Trainer, ich weiß nicht, obwohl es einfach unerklärlich ist, wie diese Mannschaft auf einmal so auseinanderfällt und Spielen irgendwie gar nichts gebacken bekommt, also, ich habe wirklich da mal gesehen, die Angriffe von Pürez, aber keiner irgendwie wirklich beim Mann, vielleicht verlässt sich jeder da auf den anderen, den Verteidigungen mit Ferdinand und Wittich war auf jeden Fall auch richtig top, die Verträge werden jetzt auch bei denen, glaube ich, schon gar nicht verlängert, ich glaube, Wittich wird auch auf jeden Fall wechseln nach der Saison und Ferdinand kriegt auch, glaube ich, keinen neuen Vertrag, also, da muss schon wieder eine neue Struktur, denke ich mal, aufgebaut werden. Ja, ich glaube, ohne Scheiß, die brauchen echt einen Trainerwechsel, ich meine, der ist zwar gerade erst passiert, aber anscheinend kommt der ja gar nicht zur Mannschaft durch, ich weiß gar nicht, verfolgst du das so ein bisschen, wie ist das eigentlich mit Fellaini, den hat er ja auch sozusagen mitgebracht, spielt der öfter mal, weil ich habe den noch gar nicht so häufig spielen sehen. Ja, also, ich habe den schon mal so ein paar Mal spielen sehen, aber auf jeden Fall für das, also das, was der jetzt zum Beispiel gekostet hat oder so, bringt der die Leistung noch nicht, denke ich mal, aber da gibt es auch, glaube ich, noch andere interne Probleme, wie zum Beispiel Rooney und Van Persie auch gegen Piraeus, war das einzige Zuspiel von Rooney und Van Persie beim Anstoß, das war der einzige Pass zwischen denen, das ist auch unglaublich. Ja, das ist natürlich ziemlich krass, ja, auf jeden Fall. Die können sich ja nicht leiden, aber das dann so weg, ist auch irgendwie komisch, keine Ahnung. Ja, die müssen ja jetzt noch ein bisschen zusammenleben, der Rooney hat ja jetzt auch verlängert irgendwie, bis 2019 oder so eine Scheiße und ja, da bist du mit klarkommen, ich meine, die sind ja Profis und deswegen sollte das eigentlich möglich sein, dass man da ordentlich zusammenspielt, vor allem, wenn man irgendwie 360.000 die Woche bekommt, das sollte dann schon mal drin sein. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den gestrigen Tag und fangen wir dann leider mit dem deutschen Debakel an, muss ich leider so sagen, und zwar Schalke 04 zu Hause gegen Real Madrid. Was kannst du zu dem Spiel sagen? Ja, also auf jeden Fall eine Debakel oder auch eine Schande eigentlich schon für den deutschen Fußball, obwohl ich jetzt selber Dortmund-Fan bin und auch Sympathie für Real Madrid habe, weil ich die auf jeden Fall auch sehr mag im Ausland, aber trotzdem so als für Deutschland als deutscher Club so ausscheiden, also ich nenne es schon mal ausscheiden, weil weiterkommen ja, also ich denke mal über weiterkommen müssen wir hier nicht mehr reden, also das ist unmöglich. War schon richtig heftig, also unerklärlich, unerklärlich. Ja, das ist irgendwie, ich meine, Dortmund hat auch nicht immer so pralle gespielt in der Champions League, beziehungsweise so die erste Saison und die zweite so einigermaßen, aber der Punkt ist halt so, wir haben uns eigentlich nie so richtig abschießen lassen, also so richtig irgendwie blamabel haben wir nie gespielt, deswegen frage ich mich immer, wie so ein Verein wie Leverkusen das ist jetzt zwar, geht zwar um anderen Vereinen, aber Leverkusen zum Beispiel auch, die spielen wirklich so super in der Liga, auch gegen Bayern München zum Beispiel, die ja aktuell wahrscheinlich der beste Verein weltweit sind und dann lassen die sich irgendwie so abschlachten von United, haben wir ja gerade drüber geredet, und von PSG und das Gleiche ist halt jetzt gestern auch Real, äh, Schalke natürlich passiert. Ich meine, sind vielleicht ein paar unglückliche Umstände passiert, ich meine beim ersten Tor von Real meiner Meinung nach sehr geil zusammengespielt, übrigens, also da mit der Hacke durchgesteckt, natürlich kommt der ein bisschen Lucky dann zu Benzema durch, ist klar, aber ich meine, wenn er normal durchgeht, unabgefälscht, dann geht der auch, ich weiß gar nicht, wer der andere da war, Bale oder so, und deswegen, dann ist er wahrscheinlich auch drinnen und wenn danach Draxler natürlich aus 5 Metern das Tor nicht trifft, ähm, ja, ich weiß auch nicht und vor allem, wie auch Horst Heldt hat das glaube ich heute gesagt, ich meine, wenn man noch 5-0 zu hinten, äh, 5-0 hinten liegt, dann sollte man doch irgendwie mal so ein bisschen drum, ja, darauf Acht geben, dass man einfach keinen mehr fängt, ich meine, das ist doch dann eh klar, dass das zu Ende ist, du kannst da nichts mehr holen und es ist nichts mehr zu retten und da hat er sich halt auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass Schalke trotzdem noch versucht hat, nach vorne zu spielen, ich meine, sie haben da noch ein sehr schönes Tor gemacht, aber ich meine, was bringt es denn im Endeffekt, wenn du irgendwie dann 6-1 verlierst und, äh, ja, vielleicht hätten sie einfach nach dem 3-0 so ein bisschen einen Schlussstrich ziehen sollen, 3-0 hätte sich bestimmt keiner unbedingt drüber aufgeregt, wäre natürlich auch nicht super gewesen, aber 6-1, das hört sich halt immer an, irgendwie wie Erste gegen Zweite Liga, und das ist halt nicht unbedingt so super für den deutschen Fußball, ich will jetzt nicht sagen, dass es Dortmund immer so super für den deutschen Fußball spielt, letztes Jahr natürlich schon, aber natürlich haben wir auch Niederlagen kassiert, aber es ist halt schon so ein 6-1, wenn das in den ganzen anderen Ländern wahrgenommen wird, wenn unser Tabellenzweiter in der Bundesliga und der Tabellenvierte in der Bundesliga, also die Champions League Plätze, solche Ergebnisse abliefern, ist halt nicht ganz so pralle, ich finde es übrigens auch schade als Dortmund Fan, ich bin auch wie Ilja real sympathisant, das heißt, ich war schon seit der Luis Figo etc. Zeit dabei, und es war immer mein internationales Lieblingsteam, und das ist halt der Punkt, aber gegen den deutschen Fußball, wie Ilja schon sagte, ist das halt relativ schade. Ja, das wäre eigentlich dann vielleicht auch noch der Schlusssatz zu diesem Spiel, natürlich interessiert mich und vielleicht auch Ilja eure Meinung dazu, die könnt ihr nämlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Spielen haltet, könnt ihr ja mal auf jedes einzelne Spiel eingehen, wenn ihr Bock habt, oder ihr könnt einfach nur auf das Spiel eingehen, auf was ihr Lust habt, zum Beispiel vielleicht seid ihr Schalke-Fans und hasst mich jetzt total, aber ich muss halt sagen, man kann an das gestrige Spiel keinen positiven Punkt lassen. Ich meine, es gibt die Spiele, da ist man eigentlich gar nicht so schlecht, aber fängt einfach die ganze Zeit Tore und macht selber die Tore nicht rein. Aber so ein Spiel war es eben nicht. Schalke wurde wirklich regelrecht auseinandergenommen, und das ist halt der Punkt, der ein bisschen sehr schade war. Jo, und jetzt noch mal das letzte Spiel, das war Chelsea gegen Galatasaray Istanbul. Hast du das gesehen oder eine Zusammenfassung? Nee, nur die Zusammenfassung, also auch nur die Highlights nach dem Schalke-Spiel. Okay. Und was kannst du zu den Highlights sagen, was du so mitbekommen hast? Ja, also ich fand Galatasaray gut gespielt. Chelsea wirklich defensiv, wie Mourinho das bestimmt meistens macht, auf Konter mit ihren schnellen Außen. Schönes, schnelles 1-0 auf jeden Fall gemacht mit Tores dann. Irgendwann Mitte der zweiten Hälfte nach einer Ecke das 1-1 kassiert. Selbst nicht mehr viel gewollt, denke mal, mit dem Punkt, also mit dem 1-1 in Galatasaray Istanbul kann Chelsea sehr gut leben, weil die dann ein Auswärts-Tor gemacht haben, nicht verloren und somit können die Schöne zu Hause spielen gegen die. Ganz genau, so denke ich mir das auch. Also ich muss sagen, Galatasaray hat einfach die erste Halbzeit verpennt, in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ganz klar überlegen und hätten vielleicht sogar den Sieg verdient gehabt im Endeffekt, weil in der zweiten Halbzeit fand ich sie wirklich um einiges stärker. Aber ich meine, die erste Halbzeit wurde halt verpennt und ja, Torres musste das Ding dann mit Vorlage von erst Schürrle und dann Asip Licoetta einfach nur noch einschieben und ja, zweite Halbzeit dann zwar stark gespielt, aber nicht mehr so ganz, ja, es hinbekommen, die Führung zu erzielen, dann wenigstens noch das 1-1 nach der Ecke und somit ist es natürlich noch ein offenes Spiel. Allerdings mit leichten Vorteilen für Chelsea, weil sie halt einfach zu Hause spielen und da nicht unbedingt schlecht sind und halt dazu noch so einen Taktiker wie Mourinho im Verein haben beziehungsweise als Trainer und ja, deswegen wird das relativ schwer für Galatasaray, auch wenn ich es ihnen natürlich gönnen würde, weil ich finde es eigentlich ganz nice, wenn so kleinere Vereine, die jetzt nicht so die Millionen Stars haben, ich meine natürlich, Galatasaray hat auch einen Snyder und einen Drogba, aber das sind halt auch eher so Altstars, die aber immer noch sehr gut spielen und deswegen fände ich ganz nice, wenn die weiterkommen würden, aber ich denke mal, es wird sehr sehr schwer. Ja, ich würde mal sagen, wir sind auch eigentlich durch fürs erste Video. Ich denke mal, 20 Minuten sollten eigentlich mal reichen. Ich habe hier, keine Ahnung, wie viele Packs gezogen, ich habe übrigens nur Scheiße gezogen, kann man sich ja vorstellen. Und ich würde sagen, die erste Aufnahme können wir hiermit beenden und ja, eventuell seht ihr uns nochmal, ich weiß es noch nicht genau, müssen wir mal jetzt abchecken und ja, dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt das in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Messer. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.